So hin, dick, dicker Fallen. Dachte ich mir, hier sind noch jede Menge Fallen. Warum? Ich bin ein Dressusher. Ich bin ein Dressusher. Ich werde dich hier bringen. Ich werde die Lichter. Du siehst du jetzt die Zeugnis, die Duplicität... Wenn wir Kalar in die Begriffe kommen, jemand wird die Flucht der Truppe. Ihr beide zieht euch mal weiter zurück. Warum bist du da vorne, Vigonia? Und ja, ich weiß, ich benutze gerade die Truppen hier als Kanonfutter. Toll, gerade in dem Moment läuft sie weg. Ach, bitte Savana. Ja, ich brauche Heilkünste jetzt erst einmal. Kostet bei ihr zum Lügel ist immer noch nur eins. So, wir dringen jetzt langsam vor. Ist das ein Safe hier? Ja, weil das ist ein Safe. So. Ja, ich werde mich in Hand um den Daumen kümmern. Hi there. Wie kann ich helfen? Wo, wie ihr wünscht. Well, fair enough. Quickly, if I must. Ja, ich werde mich in Hand um den Daumen kümmern. Ja, ich werde mich in Hand um den Daumen kümmern. So, dann machen wir jetzt mal die... Ihr merkt, ich bin ein bisschen konzentriert gerade. Hätte ja gesagt, wir könnten uns jetzt zurückziehen. Aber zwei liegen gerade auf dem Boden ein bisschen. Ja. Ja, ich werde mich nicht in Hand um den Gewinn kümmern. Ja. Fertig er. Wenn dich also aus. Ja. Ja. Das ist eine solche Kümmern. Ja, ja. Ja, ja. ich lade nochmal den quicksave konzern da kamen wir diesen krieg oder schild sieht schön aus sie hat hier noch schleuderkumpen was ist das für ein schild mittlerer schild plus 2 wie kann ich helfen ich werde mich im handum drehen darum kümmern so So, der ist auch hinüber, gut. Ähm, hast, du hast kein Schild, aber du trinkst einen Heidtrank. Du verschwimmst mal. Du hast deinen Kettenzauber noch. Äh, du sprichst einen Segen. Noch eine Verteidigungskoordination hinterher. So, mehr haben wir gerade nicht. Ah doch, Dornhelden? Ne. Dornhelden tragen eigentlich nicht. So, kriegen wir nochmal kurz einen Quicksave. Danke. What's up, Buttercup? Right away. In kurkurs, full kurkurs. So, da ist die Kommandantin, um die wir uns kümmern müssen. Okay. Point me where you want me to go. I bleed. Heal me. Heal me. Wie kann ich helfen, ihr braucht. Okay, Rückzug. Dark Master. Okay, kein gut. Nicht gut. Wie ihr wünscht. Ja, absolut. Also, erstmal dünnen wir sie ein bisschen aus. Ich werde mich im Handum drehen darum kümmern. Okay, Viconia ist wieder vergiftet. Viconia ist tot. Yippie. Ach ja, Neera sollte ich ein Chaos-Shit geben. Dann kann sie auch die... ...gewackte Hexerei benutzen. No problemo. No problemo. Okay. Da ist sie wieder zu weit vorgegangen. Und da gibt mir Feuerbälle, Neera. Okay, das war kein Feuerball. Okay, jetzt braucht Dorn dieses Mal einen Heiltrank. Den nicht, den da. Ja. Hm. die nervensäge da oben muss auf jeden fall weg wie schafft man das also ja mit der verstärkung hier auf jeden fall aber ich hätte mir die hast für die gesamte truppe aussparen sollen also haben wir sie jetzt ein bisschen ausgedünnt oder kommen da noch mal mehr ich muss von dos hier jetzt so einmal bitte okay trink mal lieber einen und dann fangen wir mal an die nach unten zu locken ich hätte die mit sapana hier runterlocken sollen dann Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ah? Ah, ich bin der Fall.